Da steht noch, schau'n voll Hand, wie du stolz auf die Bracht, hat wohl der Herr, Gott sei'n Master, steht noch. Und in der stillen Zeit, wer'n'n nicht kommt, hier' цarin' noch schu'n'v, un' tratorn'jom. Tron'n gib'a, o'r'r'r'billost noch schme, Der Gartner Kofel schickt zum Busland her Drogen gebar und der Schnee los noch schnell Der Gartner Kofel schickt zum Busland her Leid zu mein Heißland, da mich die heutin' Wachst, wo das ist, in der Flach misst, wie Leid zu mein Heißland, da mich die heutin' Leid und Stimm, trennt schon das Blei noch, was, was es will Funkelt der Schnee in das hohen Wasser komm' Dann legt sich's noch, soll Zeit braucht man sich Steigt der Rauch in die Hür Aus'n Haus hinterlegt, wie's betreibt, wie's bezieht Die Sache hab' lange Zeit, wann die Beganden schreit Die Sache hab' lange Zeit, wann die Beganden schreit Die Sache hab' lange Zeit, wann die Beganden schreit Untertitelung. BR 2018 Sehr geehrte Damen und Herren, sehen Sie jetzt und hier und live, wie er kennt, bis er habe ich erstmals und weltweit einzigartig seine eigene Dienstwaffe verzehrt. Nicht sprechen. Die hinwirft, wenn du aus einem Pindler einmal kommt, ist super. Was kommt nach der Embryer-Neufhase, wenn du so richtig ausgepacken bist? Jetzt geht's los. Die Geburt. Die sogenannte Zwangsdeloschierung. Steht ja wohl. Jetzt hast du dich gerade erst einmal eingerichtet. Du warst beim Kicker, hast du alles eingekauft. Du sitzt richtig klar. Schnürerl weg und so. Es passt alles. Was kommt? Die Geburt. Entweder holst du irgendwie raus auf jeden Ort oder du musst auf den Kanal. Und dann bitte. Ich tue gerade Kacken. Das ist ja wahr. Als achtet. I baptisch. Ich schaffe den Appar experten. Ich trásesse den Apparroger. Ich sehe den Apparroger. Moment, nein, 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 nein. Jugendlich. Schön. Jetzt hängt es aber ein bisschen. Ein bisschen lang weiter ist es schon. Auf die Bühne, bitte. Ja, kommen wir raus. Ich habe ein bisschen. Ihr weht kein Unfall für Sie. Ja, ich sage Ihnen. Ich freue mich. Ich möchte es Ihnen nicht nicht die durchstellen, sondern Sie finden, dass Sie...